Unglückliche Beziehungen sorgen dafür, dass die Gedanken in eine zerstörerische Richtung kreisen. Also, wie kann ich es im Heim zahlen? Oder man denkt darüber nach, über die unerfüllten Bedürfnisse, warum man den Fehler gemacht hat, mit diesem Mann oder mit dieser Frau in einer Beziehung sein zu müssen. Oder, oder, oder. Was, wenn wir diese zerstörerische Gedanken- und Gefühlsenergie in die Gegenrichtung aufwenden? Was wäre die optimalste Lösung für diese Beziehung? Ich weiß, dass wenn du gerade Stress hast mit deinem Partner, hast du keinen Bock, dir vorzustellen, wie es ist, wenn ihr glücklich seid, weil du willst dich verteidigen. Diese Gefühle solltest du natürlich auch nicht unterdrücken. Diese Gefühle sollen einen gesunden Ausdruck finden, damit sie nicht weiterhin in dir brodeln. Lassen wir das mal kurz beiseite, ganz kurz. Was wäre die optimalste Lösung für eure Beziehung? So, dass ihr aber beide zufrieden und glücklich seid. Was könnte da die Lösung sein, wenn du deine Energie in diese Richtung lenkst? Und denke jetzt nochmal daran, das, was ich dir jetzt gleich vorstellen werde, geht nur, wenn du deine unterdrückten Gefühle verarbeitest. Also nicht Deckel auf den Kochtopf und dann einfach irgendwie was versuchen, sondern diese brodelnden Gefühle brauchen einen Ausdruck. Und erst dann kannst du zu diesem Schritt. Stell dir ein Bild vor, wo alle zufrieden sind. Du und auch dein Partner. Ohne Ärger. Eher mit Leichtigkeit und mit Frieden verbunden. Oder ihr seid friedlich getrennt, wenn es gar nicht mehr geht. Jetzt stell dir ein Bild vor von euch beiden, wo beide zufrieden sind. Ohne Ärger. Ohne Probleme. Es ist alles gut, so wie es ist. Entweder ihr seid zusammen und es ist alles gut. Oder ihr seid getrennt und es ist alles gut. Nicht immer möchte man die Beziehung trotzdem aufrechterhalten. Aber wenn du es schaffst, in dir ein Bild von Frieden zu erstellen, von dieser Beziehung, ob zusammen oder getrennt, erst dann kannst du die Energie in die Richtung lenken, die dafür sorgt, dass eure Beziehung in eine harmonische Richtung geht. Wie wäre es, ein Bild innerlich zu erschaffen, wo ihr mit Leichtigkeit und Frieden verbunden seid? Kannst du dir das vorstellen? Oder ist da noch immer zu viel Druck und es brodelt? Ja, dann nochmal zurück. Gefühle verarbeiten. Das, was ich mit dir teile, ist nicht einfach nur erfunden, sondern geht auf den Bannister-Effekt zurück. Der Bannister-Effekt, genannt nach Bannister, der als erstes eine Meile in weniger als vier Minuten lief, zeigt, dass wenn du dir Dinge vorstellst, auch wenn alles im Außen aussieht, dass es nicht möglich ist, du es dir aber trotzdem vorstellst, dass es so möglich sein könnte. Es zeigt uns, dass wir Dinge erreichen können, dass wir Dinge tun können, die wir für unmöglich gehalten haben, wenn du daran glaubst.